In den heutigen Vivi-News sprechen wir über eine wirklich sehr kontroverse Aussage von Paul Barone, dass Vivi tot sei. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Briefmarken-Drop voller USPS an. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall auch die Drop-Details von beiden kommenden Drops an. Lassen Sie viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen bei euch, ich bin Steincaptain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einem sehr kontroversen Thema. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Aber erst wenn du da draußen auch den Kanal abonniert hast und die Glocke aktiviert hast, dass du da draußen auch kein Video wieder verpasst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Ja und rein starten tun wir an dieser Stelle mit meiner Meinung nach einem sehr kontroversen Thema bzw. einer kontroversen Aussage von Paul Barone. Paul Barone ist ja ein Krypto-YouTuber bzw. ein YouTuber, der sich allgemein relativ viel mit Krypto, NFTs, Metaverse und Krypto-Gaming sehr viel umfasst. Meiner Meinung nach war das auch früher wirklich ein Kanal, den ich mir auch ab und zu mal gerne angeschaut habe. Hat viele informative Dinge gebracht und hat hier auch auf Twitter knapp 150.000 Follower und auf YouTube auch einige tausend. Das ist natürlich eine beträchtliche Zahl, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz hat er in einem seiner letzten Videos hier dann den Kommentar gebracht auf die Frage, ob Vivi tot sei in einem Livestream, dass er Vivi für tot hält und dann sozusagen auf Krypto ist verwiesen, die ja anscheinend aus seiner Sicht sehr viel besser sind und in Zukunft auch deutlich besser laufen werden. Dazu habe ich persönlich ehrlich gesagt nur eins zu sagen, Vivi ist definitiv nicht tot. Denn wenn man sich allein mal die Daten anschaut von der Blockchain, allein was an Einzahlungen pro Woche reinkommt, schreibt Danny nämlich hier auch, still doing a million a week in revenue, also eine Million Dollar in etwa pro Woche an Einzahlungen. Ja, also ich glaube da ist kein Projekt tot, wenn man in etwa noch eine Million Dollar pro Woche an Einzahlungen hat, das sind vier Millionen Dollar pro Monat, die in die App fließen. Das ist natürlich nicht mehr ganz so viel wie früher, aber nichtsdestotrotz eine weiterhin beträchtliche Anzahl an Geld, die neu und frisch in die App kommt. Die andere Sache ist, dass sich Vivi tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten, dann sage ich jetzt mal, weiterhin wacker schlägt und auch sehr, sehr viele Jobs macht. Wenn man sich hingegen zum Beispiel aber auch mal Kryptos anschaut, wo er da auf jeden Fall sehr viel von hält, ich persönlich finde Kryptos jetzt auch nicht schlecht. Man kann sich da auf jeden Fall einiges abschauen, sei es das Jobsystem zum Beispiel, aber dort ist zum Beispiel auch die Sache, dass dort auch sehr viel einfach noch nicht geliefert wurde. Sei es der Marktplatz oder auch zum Beispiel viele Jobs insgesamt, wurden bis jetzt glaube ich vier oder fünf Jobs erst gemacht und die sind tatsächlich schon seit Mitte des Jahres, Mitte des letzten Jahres schon live. Also kann man sich ja auch eigentlich schon ein bisschen fragen, was diese Aussage soll, ob er vielleicht bezahlt ist oder nicht, kann ich natürlich an dieser Stelle nicht sagen. Und kommen wir nochmal darauf zurück, was die Konkurrenten betrifft, sei es zum Beispiel Recure, hier mit NFTU, die das zum Beispiel komplett jetzt einstellen werden. Vivi hingegen bringt neue Lizenzen, bringt neue Drops, läuft eigentlich alles super, bekommt monatlich in etwa vier Millionen Dollar in Einzahlungen. Also da freue ich mich dann schon, diese Aussage ist einfach absolut faktisch gesehen komplett falsch. Und da möchte ich einfach auch an euch appellieren und hier auf jeden Fall auch zu schauen, hey, was ist wirklich gerechtfertigte Kritik? Ich möchte auch ganz klar sagen, ich bin ein ganz großer Freund von Kritik, aber halt auch ein Freund von konstruktiver Kritik, die auf Fakten basiert. Und faktisch gesehen ist Vivi nicht tot, wenn man sich Zahlen anschaut und wenn man sich auch allgemein anschaut, wie Vivi läuft. Also deswegen muss ich tatsächlich leider sagen, diese Aussage ist komplett falsch. Vivi ist definitiv nicht tot, vielleicht aus manchen Augen, aber die sind dann meiner Meinung nach mit mehr Emotionen dahinter dabei, als dass sie sich wirklich die Fakten anschauen. Das aber zu dem Thema, du kannst mir sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob du denkst oder ob du auch der Meinung bist, dass Vivi tot ist oder nicht. Lass uns gerne in den Kommentaren diskutieren, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wie deine Meinung dazu ist. Und jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns auf jeden Fall weitere Themen an. Als nächstes kommen wir zum nächsten USPS-Job und der wird nämlich mit Briefmarken von 1938 aus der Präsidentenserie kommen. Das Ganze wird mit insgesamt nur einer Briefmarke droppen und am 3. Juni, das heißt am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir einmal die Briefmarke, das heißt es wird auch ein einzelnes Set. Je nachdem welche Rarität das ist, könnte es auf jeden Fall auch hier für den MCP interessant sein, denn es macht ein Set voll. Plus die Rarität würde an dieser Stelle, je nachdem ob es ein Secret, Ultra oder Rare ist, nochmal entsprechend Punkte geben. Meine Meinung nach hier auf jeden Fall eine Sache, die man einfach mal mitnehmen kann, wenn es bei 7 Gems bleiben sollte oder 6 Gems pro Briefmarke. Der nächste Comic Drop steht unter anderem auch vor der Tür und zwar nämlich schon heute um 17.00 Uhr deutscher Zeit mit Edge of Spider-Wars, Hashtag 2 mit der First Appearance von Spider-Woman, beziehungsweise an dieser Stelle Jean Stacy als Spider-Man in einer anderen Dimension. Wir haben hier natürlich wieder exklusive Rare und auch Ultra-Gefa. Mir persönlich gefallen hier die Rare wie auch die Ultra extrem gut. Kannst du mir auch vorstellen, tatsächlich auch im Marketplace zu holen. Insgesamt haben wir hier 10.000 Editions, die wir bekommen werden. Listenpreis natürlich wie immer bei 7 Gems. Schreib mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder nicht. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Als nächstes kommen wir zu Happy Tree Friends und hier mit der ersten Serie. Das Ganze wird am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze wie immer natürlich im Blindbox-Format. Wenn ihr hier ein Collectible Breakdown haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dort werdet ihr auf jeden Fall hier einmal alles zu den Happy Tree Friends finden. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall die Tree Fans mal an. Hier animiert mit Sound das erste Collectible da ankamen. Und das Ganze wird einen Listenpreis von 25 Gems haben, eine Edition-Auflage von 1550 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Das nächste Lumpy wird an dieser Stelle eine Rare sein, auch wieder animiert mit Sound, was ich sehr, sehr cool finde. Hier eine Edition-Zeit von 1050 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Schreibt mir unter anderem auch sehr genau unten in die Kommentare, ob ihr das überhaupt kennt, denn ich persönlich kannte das überhaupt nicht. Als nächstes haben wir dann Flucky und das Ganze wird hier auch wieder animiert mit Sound sein. Unter anderem eine Edition-Auflage von 850 Stück haben und natürlich auch hier wieder eine First Appearance sein. Als letztes haben wir dann hier noch Handy, ein Siegutier mit animiert und Sound und das Ganze wird nur eine Edition-Auflage von 550 Stück haben und natürlich auch eine First Appearance sein. An dieser Stelle ist das natürlich ein gar nicht mal so uninteressanter Drop, da wir hier relativ wenige Editions haben. Und so wie die Reaktion der Community war, war es tatsächlich sogar relativ positiv und viele wollen anscheinend auch diesen Drop. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass er ausverkauft werden wird, da auch der Listenpreis von 25 Gems gar nicht mal so schlecht ist. Ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat und dir das ganze Video auch geholfen hat, dann gib mir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Captain. Ciao, ciao.